Willkommen zum heutigen Radblock am 16.05.2020. Wir starten heute in Wetzlar, fahren Richtung Gabenheim und dann die Strecke da an der Lahn entlang, über die Lahninsel und dann wieder zurück über Lahnau, Heuchelheim nach Gießen schätze ich mal. Der Lahn naar der Tatier Wir sehen uns beim nächsten Mal. Letzte Woche war ja ein Kälteeinbruch, da ging ja nicht viel. Am Sonntag bin ich dann in der Hälfte der Zeit mit Platzregen gefahren ohne Kamera. Ich bin noch einige Sachen kaputt gegangen, beziehungsweise als Defekt haben sie sich herausgestellt. Also ja, alles repariert zum Glück. Oh, da ist hier eine Ampel. Hallo. Ich bin noch ein Kälteinbruch. Ich bin dann unterwegs zum Flugplatz. Ich bin noch ein Kälteinbruch. Das war die Zune. ein kommentar vielleicht ist die aufnahme auch drin da war ein paar paddler wetzler wetzler und wieder zurück lustig ist ja blöd so so Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Sollte Das war's für heute. Ja, ich wechsle wieder die LAN-Seite. Ja, vor uns liegt dann das W in Dorla, haben wir in Dorla an der LAN, so schauts aus. Das war's. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017